Nee, da gibt's ja viele verschiedene Unterrassen. Ich wollte ja Blutelf sein. Du bist ein Firnelf. Was hast du denn für eine Scheiße? Aus der elfischen Siedlung südliche Mittellande. Das ist scheiße. Ja, da will ich Metro-Sex. Da will ich Metro-Sex. Und du bist ein Mathematikus, auf deinen Wunsch. Ich möchte homosexuell sein. Ja, das kannst du dir gerne noch eintragen. Ja, ich bin homosexuell. Junge, wo müssen wir denn lang? Ist das hier auch erlaubt, das hier zu falten? Ja, das ist das nicht machen. Alles klar, sonst müssen wir Roleplay-like. Sonst würden wir uns miteinander fummeln, wenn wir uns dann gegenseitig. Stimmt. Ist egal. Und wer, das macht ihr nicht, ne? Ich lebe für die Rolle. Ihr hattet mal eine Beziehung, ja? Stimmt. Alles klar, das machen wir ja nicht. Du bist mein Ex. Ey, schreibt das drauf. Ihr müsst euch ja eh wieder vorstellen. Ja, meine... Da werden die anderen beiden bestimmt denken. What? Loil? Das ist tatsächlich normal, das ist geil. Ja, okay. Okay, dann muss ich mir das natürlich noch verme... Oh, loil, was machen wir eigentlich? Ich muss mir das natürlich noch vermehrten, weil ihr dann natürlich den anderen auf jeden Fall akribischer unterstützen wollt. Was wollen wir? Akribischer unterstützen. Weil ihr hattet ja immer eine Beziehung und ihr neckt euch noch ganz gerne. Nein, hä? Achso, wollen wir so eine Art Ex sein oder wollen wir uns das ganz nicht so... Ja, wollen wir das halt. Ich würde sagen, wir machen das das ganze Mal so. Keine Ahnung. Das sind alles andere, was falsch machen soll ich. Ja, das war schon früher immer so. Ja, ja. Mach das mal bitte. Du bist echt kein Stück besser. Du hast dich echt nicht verändert. Deshalb sind wir jetzt nicht mehr zusammen. Das ist deswegen herzunehmend funktioniert. Das wäre auf jeden Fall... Alles andere fühlt mich immer noch attraktiver. Ich fässe mir manchmal an den Hoden. Ich fässe mir manchmal an den Kitzler. Das kommt nicht. Unsere Homosexualität sind wir immun gegenüber Weibern. Richtig, wir können uns nicht beziehen. Genau. Aber süße Männer schon. Na, ich soll. Dann bin ich auch für einen Seitensprung mal zusammen, ey. Ich wette, Philipp wird dir in die Rolle gefeiert. Oh, das sind schon wieder harsche Äußerungen, die du hier tätigst. Harsch. Wieso? Hä? Egal. Ich hab das nicht verstanden. Was? Eigentlich schon. Nein, hab ich nicht. Alles klar. Na, Anna wird das doch auch voll feiern. Aber ich glaub, wir reden gerade aneinander vorbei. Das kann sein. Ist aber egal. Ich glaub, ich sollte mal die Challenge machen. Ich glaub, ich auch. Ich glaub, ihr seid einfach nur... ...mal zusammen gewesen. Wo seid ihr denn, Mann? Poseidon? Ich bin hier oben. Ja, okay, gut. Warte ich hier. Nein, andere Richtung. Du musst doch hier hoch. Hier oben gehst du weiter. Schalter. Ja, wo bin ich dann hier hingegangen? Ne, hier war ein Schalter. Oder war es jetzt hier nur der Checkpoint, oder wie? Ja, glaub schon, aber hier geht's richtig weiter. Hier ist noch ein richtiger Raum. Hier steht jetzt Stage 12, 5. Was steht bei dir? Hier ist auch eine Challenge, aber ja, warte, dann spring ich mal ganz kurz. Was steht denn bei dir? Ich muss... 6, 7, 7... Nee, gar keine, gar nichts, aber jetzt ist eine Challenge. Dann musst du ja auch ein Schild davor stehen, wenn es eine Challenge ist, Alter. Spring mich jetzt. Ne, doch. Was ist das für ein Raum jetzt? Hier ist sogar Redstone drin, hier ist sogar mehr so ein... Guck's, Mann. Ja, ist doch kein Challenge, Mann. Hier ist vielleicht ein Secret irgendwie, oder so. Langweilig. Interessiert mich nicht. Also hier hinten muss man jetzt hin. Bist du Michael Borden? Ja, ihr müsst erst mal da hoch, genau. Was? Bist du Michael Borden? Ich bin Alec Baldwin. Ich glaube, ich habe dünnen Schiss, Alter. Das ist mal ganz ungelogen, ey. Warum? Wie kommst du drauf? Aber weiß ich nicht, weil mein Arschloch gerade richtig warm ist. Das ist kein Indiz für ein Dünnschiss. Und es brennt ein bisschen, gerade irgendwie. Alexander, und für wen bist du denn? Merryweather? 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 Wer ist ein Paper Chief? Der heißt Paper Chief. Ich bin für Pac-Man. Das ist einfach nur eine Beatbox-Maschine. War völlig Floор-December. Der Skill. Der Skill. Der Skill. Wer dice? Lachen Fronten. Dann ist ja gerade ein ganz langes Sprung als Wayne. Oder was? Hä? Hä? Wo muss ich denn hin, Mann? Alter, ihr seid wirklich die letzten Kalex in dem Leben, Alter. Ihr seid so einfach... Junge, hoffentlich bleibt ihr bald so richtig... Einfach wie so... Ja, richtig, ja. Und dann musst du jetzt hier drauf, Junge, und dann springst du hier weiter. Ja, das hab ich dann auch schon verstanden, du Scheiße. Ja, und dann kommst du hier hinten in die Ecke. Du, zeig mal deine Fresse. Wo ich schon seit 30 Minuten stehe. Ja, und? Ich weiß nicht mal, wo du bist, Alter. Ja, du lief das halt. Das Anno springt falsch, aber es macht einfach Spaß, ihn da lang springen zu lassen. Wo ist er überhaupt? Ich seh ihn gar nicht. Nee, der Map-Basher ist einfach ne Hure. Guck mal, wo das Anno gar nicht ist. Das ist ne richtige... Da kannst du richtig... Kannst du mal lang springen, aber das Anno, das fühlt zu gar nichts. Ich seh das Anno gar nicht. Wo ist er denn? Er ist nach außen gesprungen. Man kann außen lang springen. Und außen gibt's Leiter, dann kannst du irgendwo springen. Ja, dann ist das halt ein Secret-Weg, wa? Ach, da ist das... Das ist einfach nur ne Verarsche. Das ist einfach nur ein Fob, ey. Nee, nicht. Das Ende hier oben ist wirklich nichts. Alles andere, das war nichts. Das ist ein Knochen. Guck mal, ob der mich portet. Nein. Ja, wieder nach unten. Ist halt ein bisschen mit... Boah, ist das gay. Boah, Alter, ich muss gar so krass spielst du mal scheißen, ey. Wo muss ich denn jetzt lang wieder? Okay, Wayne, wir sind uns an Donnerstag, ne? Hey, was? Was hältst du? Wir sind uns an Donnerstag, ne? Äh, ja, genau, richtig. Wer bringt denn irgendwie noch was mit oder so? Wollt man das nicht irgendwie aufklären? Hä, wo geht's denn hier lang? Ich dachte, du willst jetzt auch sprechen, weil du scheißen machst. Nee, das hab ich nicht gesagt. Hm, aber wer was mitbringt, das müssen wir noch schnacken. Wir wissen ja nicht mal, ob Anna jetzt überhaupt kommt oder nicht, ey. Nein, nein. Also ich schreib... Schreib sie jetzt das letzte Mal an. Wenn sie mir dann nichts sagt, hat sie einfach keinen Charakter. Dann müsste ich über einen ausdenken. Hey, du musst jetzt... Ja, du musst jetzt einfach... Es kann doch nicht wahr sein, man, dass sie die ganze Zeit nicht schreit. Das kannst du mir nicht erzählen. Also sie schreibt mir schon, aber nicht, was ich für einen Charakter habe. Ich schreib jetzt... Jetzt sag mal deinen Char. Ja, sonst... Also... Joge, wo geht's denn jetzt hier lang? Oder wir decken uns einfach ein Haus für sie, dass du behindert bist. Einfach nur. So, überall Talentwert 0. Hier, Alessandro, du musst hier auf diese... Auf diesen Kronenleuchter. Ach, lol, ja. Und dann geht's hier ganz normal einfach weiter. Hier bin ich auch. Hier, hier, hier. Und dann bist du schon da, wow. Darauf warte ich schon die ganze Zeit, ihr Kalex. Alter, du bist so ein Opfer. Einfach nur kein Wunder, dass du zu Hause vergewaltigt bist. Er ist schon harte Worte. Mmh, geht. Mmh, mmh, geht. Ah, Samo, weißt du, auf der Höhe bringt das überhaupt nichts. Meister, warum schmeckt ihr nicht so scheiße? Probier doch mal. Das ist ein Westerich wie Oettinger. Ich kann ja... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir gehen das so machen. Ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall stinkt irgendwie wie deine Mutter. Westerich wie Oettinger war auch mit dabei. Und was will da doch noch? Alter, ich blick nicht mehr so hinter dem Interview, wo ich denn muss. Ich spring jetzt einfach. LOL. Das muss ich schon wieder in diesem scheiß Witz hervorragend sagen. Mir scheiß gleich in jemandem das Gesicht, wirklich. Welchen Witz denn? Warum stinkt denn? Ja, ich hab noch keinen Hilf mehr mal beim Überlegen. Alter, jeder hat mir instant was geschrieben. Das kann ja wohl nicht sein, oder? Man weiß doch wohl, was für einen Schamann gern... Ja, ist echt so, Mann. Machst du dir irgendeine Edelhure oder sowas? Machst du Pech jetzt. Mach mir mal ein paar Vorschläge. Schreib mal so, Hure oder Putzfrau. Hure, schlampe Nutte zum Beispiel. Oder unser Faustfutter. Das kann gar nicht sein, wenn sie weiß, was das ist. Faustfutter? Mhm. Was ist das denn? Entweder das heißt, dass wir sie die ganze Zeit schlagen, oder dass wir sie fisten. Wie sie möchten. Ja. Das Futter für unsere Fäuste. Ich dachte, das wäre jetzt was Cooles. Das ist doch. Ich dachte, das wäre ein Fachkoll oder sowas, ey. Enttäuschung. Herstellt Enttäuschung. Alter, wir sind mit Deckensprünge, hast du?